Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Let's Play von Draft Fortress. In der letzten Folge haben wir uns mit den Schlafseen beschäftigt. Außerdem haben uns ein paar Vögel geärgert. Die suche ich jetzt mal schnell. The Great Horned Owl. Die hier. Und festgestellt, dass wir sie irgendwann mal vernichten müssen. Des Weiteren haben wir bei der Möbelierung unseres Speisesaals und unserer Meeting Hall. Und die Destillen sind fertig geworden. Außerdem haben wir ein paar nutzlose Migranten gekriegt, die zur Zeit ein paar Holdingjobs machen. Und einer übernimmt das ganze braun. Und bevor es weiter geht, hier eine kleine Ansage. Mir wird es langsam ein bisschen zu doof, immer auf die Uhr zu schauen, wenn ich aufnehme. Deswegen werde ich dieses Mal einfach so lange aufnehmen, wie ich lustig bin und wie ich Zeit habe. Und das Ganze dann versuchen in einem Stück hochzuladen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefällt, was ihr davon haltet. Einfach mal unterschiedlich lange Folgen zu haben. Wenn es euch nicht gefällt, kann ich das Ganze auch noch in mehrere Parts aufsplitten und dann nach und nach veröffentlichen. Ansonsten halte ich es, glaube ich, wie ich es mir jetzt gerade denke. Ich nehme so lange auf, wie ich lustig bin, lade den Teil hoch. Und dann ist halt mal eine Folge 15 Minuten, mal eine Folge 20 Minuten. Vielleicht kommen ja auch ganz große Längen heraus, eine Stunde oder anderthalb Stunden. Einfach mal schauen, was die Lage so hergibt. Aber setzen wir das Spiel nun fort. Da der Mason immer noch beschäftigt sein sollte, genau die Rockthrones fertigzustellen, haben wir dort zur Zeit keine Handhabe. Aber da der Mechanic fertig ist, können wir auch schon anfangen, die ersten Mechanismen herzustellen. Zehn Stück sollten für den Anfang reichen. Schließlich müssen wir vorne in den Eingangsbereich Fallen hin. Eine Zugbrücke will ich auch hinbauen. Und dann bereiten wir uns weiterhin darauf vor, noch mehr Immigranten aufzunehmen. Dazu gehört natürlich auch hier, die ganzen Bedrooms auszuheben. Na gut, das ist fertig. Aber auf jeden Fall müssen die Räume ja auch noch eingerichtet werden. Unser Doc Ruddy arbeitet hier fleißig. Endlich mal. Der Carpenter ist auch schon so weit durch da. Ah ne, doch nicht. Was macht dann unser Carpenter? Woodworker on break. Mal gut. Hoffentlich werden wir auch bald fertig, endlich mal alles hier reinzuräumen und umzusortieren. Das dauert schon die ganze Zeit. Außerdem möchte ich dann langfristig mal schauen, ob ich den Fluss umleiten kann. Das Ganze wird ein ziemliches Mammutprojekt. Und da überlege ich auch noch, ob ihr bei dem ganzen Prozess dabei sein werdet. Das könnt ihr übrigens auch in die Kommentare schreiben. Ob ihr wollt, dass ich die Umleitung des Flusses, wenn ich ihn in Angriff nehme, ob ihr das auch in voller Länge sehen wollt. Um kurz zu erklären, wie ich das mache. Ich grabe mich vom unten an den Fluss ran. Grabe dann einen Schacht zu den unteren Ebenen und lasse das Wasser einfach ablaufen. Da in der Spülmechanik das momentan so läuft, da das Wasser immer zusammen sein will. Das heißt, wenn Wasser fällt, fällt es praktisch mit fast unendlicher Geschwindigkeit und dadurch kann man den Fluss austrocknen. Und später dann natürlich entsprechend Graben, Welle hochziehen und ähnliches, um dann das Ganze dahin zu leiten, wo man es selber haben will. Man kann es so umleiten, dass es weiter runter fließt. Man kann es so umleiten, dass es auf der gleichen Ebene weiter fließt. Man kann es aber nicht so umleiten, dass es auf einer höheren Ebene weiter fließt. Dafür braucht man dann später Pumpen. Aber wie gesagt, das wird um einiges später kommen, dann wenn es darum geht, die Fässung wirklich narrensicher zu machen, tödliche Wasserfallen zu bauen, Brunnen auszuheben und ähnliches. Unser vorrangiges Ziel ist und bleibt, die Schlafräume fertig zu kriegen. So, als nächstes baue ich dann aber erstmal die Türen, damit wir den Speisesaal endlich in seiner vollen Größe assignen können. Die ganzen andersfarbigen Stühle und Tische werde ich dann auf lange Sicht auch austauschen, sodass ich ein schön einheitliches Bild habe. Also ich habe sogar einen Stuhl zu viel. Soll mich jetzt aber nicht stören. Habe ich schon mal einen auf Vorrat. So, gucken wir mal weiter. Woodworker, Store Item im Stockpile. Ich hoffe, damit sind wir dann bald durch. Es ist einfach nervig, dass von fünf unserer neuen Zwerge drei Stück Kinder sind und die einfach nicht arbeiten. Das ist schlimm. Und der Autumn has come. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das heißt, wir werden uns auf die Karawane vorbereiten müssen. Und da ich ein bisschen was einkaufen will, müssen wir wohl ein paar Jobs verteilen. Da denke ich, eignet sich dieser Möchtegern-Fischer, indem wir ihn erstmal die Fischer-Jobs wegnehmen und ihm dann Stonecrafting in die Hand drücken. Dazu werde ich ihm vorerst die Hauler-Jobs und das Reinigen entfernen, damit er möglichst schnell und viel arbeiten kann. Bestätigen wir die Änderung, minimieren das Ganze und setzen das Spiel fort. Wie gesagt, er wird erstmal nur eine schlechte Qualität abliefern. Das Ganze soll mich jetzt aber nicht stören. Es geht erstmal darum, überhaupt was zu haben und vielleicht auch ein paar Steine bei der Gelegenheit zu verbrauchen. Wobei ich hier schon wieder sehe, dass Kaolinit hier gebunkert wird. Das ist aber eh verboten, zu verwenden. Dann nehme ich hier Kaolinit einfach raus. So, dann gucken wir mal. Drink. Woohoo. Meine, 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 Fischer-Draft. Unser Farmer bereitet Lebensmittel vor. Ja, aber dann soll er das mal tun. Dann können wir hier natürlich noch Brew Drink. Brauchen wir richtig schön viele von dem Zeug. Getränke kann man nie genug haben. Die Türen sind noch nicht fertig. Das ist teilweise konstruiert und die Betten sind immer noch im Auftrag. So, der Crafts-Rraftshop ist fertig. Und dann will ich aus Rock... Was will ich denn haben? Ach, Crafts. Die sind schön. So, ich mache immer hier im Wechsel. Da manchmal Crafts, manchmal Instruments und manchmal Toys mehr wert sind beim Händler. Deswegen will ich einfach eine breite Palette haben, die ich produzieren kann. Ich sage, da wir ja noch nicht wissen, was die Liaison dennächst haben will. Beziehungsweise die Liaison der Botschafter oder der Berater aus den Mountain Homes, also aus der Hauptstadt, der uns dann sagt, was die Mountain Homes von uns haben wollen. Das Ganze regelt sich dann einfach über höhere Preise, die bezahlt werden. Hier sind soweit die Türen fertig. Da schaue ich erst mal, ob das überhaupt genug Türen sind. Sieht aber nicht so aus. Ah, da ist ja sogar unser vermisster Tisch. Den setzen wir natürlich auch gleich ein. Und die Stühle... Oh! Ist aber, wird da wohl gerade transportiert. Gut, dann gebe ich einfach noch ein paar Türen in Auftrag. Da sammelt sich Kohle an. Ist jetzt nicht so toll, aber noch ist das Lager bei weitem nicht voll. Das Holzlager füllt sich aber schön. Das freut mich. So, dann haben die anderen meiner nichts zu tun. Mal schauen, ob die schon ihre... Eigentlich die Howling Jobs wieder haben. Nein, haben sie nicht. Wird also nach Profession sortiert. Und dann kriegen alle ihre Howling Jobs wieder, bis auf DocRutty, weil der es damit beschäftigt... ...weiter in Türen herzustellen. Aber wenn die zwei Miner bisher nichts zu tun haben, können sie weiter beim Schleppen helfen. Bauen wir wieder mal ein paar Türen auf. So. So. Die ganze Howling wird jetzt auch transportiert. Ich glaube, ich werde dafür später, wenn alles soweit fertig ist, zumindest die Grundlagen... Und wir sagen können, das ist ein ordentlich zwergisches Leben. Wenn wir wohl extra Lager für Kao-Ninit in einem... In der zweiten Ausbaustufe des Workshops machen oder in der dritten... Ich sortiere das immer gerne in Ausbaustufen ein. Ich sage, die erste Ausbaustufe ist immer das Grundlegende. Die zweite Ausbaustufe ist dann meistens... Das ist bei mir meistens die ganze Schmiedeangelegenheit. Und dann die dritte Ausbaustufe kommt dann meistens im sonstigen Bereich. Und dann wird einfach weiter so lange erweitert, bis das Ganze passt. Sehe ich, das Ganze ist nur inaktiv. Okay. Da können wir weitere Türen platzieren. Weitere fünf Türen. Dann kurz durch den. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ja, es dürfte passen. Es sind 19 oder 20 Türen. Wenn das alle durch sind, sollten 20 Türen ausreichen. Genau, es reicht da perfekt aus. So, wenn die Türen dann platziert sind, geht es dann weiter. So, dann bauen wir jetzt doch... Oh, doch endlich die Kabinetts. Wo haben wir die? Unter F. Da ich die abgebrochen habe, warum ist der jetzt da hochgeschossen? Hm, nichts weiter, aber da sehe ich, es wurden schon wieder neue Tiere geboren. Entsprechend müssen wir über Shift-N neue Tiere dazufügen. Das Lamm und die zwei Welpen. Und dann fügen wir auch schon die ersten Fallen ein. Traps und Levers. Fangen wir mal mit den Steinfalltreppen an. Die Steinfalltreppen sind simple Treppen, einfache Treppen. Äh, Treppen. Steinfalltraps sind einfache Fallen. Da ist einfach ein Mechanismus drinne in dieser Falle. Oben ist ein Stein und wenn einer drauf tritt, der nicht weiß, dass die Falle dort ist, der wird einen Stein erschlagen. Die sorgt für, naja, minimalen Schaden, ist aber eine gute erste Linie, wenn man die Thieves and Snatchers, also die Diebe und die Kidnapper, in den Griff kriegen will. Deswegen werden gleich die nächsten Mechanismen in Auftrag gegeben. Damit werden wir gleichzeitig ein paar Steine los, die überflüssig sind. Gucken wir mal, ob die Suspended wurden. Nein, sind nur inaktiv. Wir warten immer noch darauf, dass die letzten Türen untergebracht werden. Wir haben auch Null Eidlers, also Null Leute, die nichts zu tun haben. Entsprechend sind alle mit durchgängiger Arbeit versorgt. So, dann sind wir hier soweit durch. Und dann wird das Ganze gelöscht, nochmal neu drauf gemacht. Jetzt, wo die Türen drin sind, breitet sich das nämlich nicht auf die nächsten Räume aus. Und so hat dann die Meeting Hall seine vollständige Größe erreicht. Und man kann gefahrlos einfach bauen. So, noch den letzten Thron, der leider aus Mikro klein ist. Aber nur gut, darum kann man sich später kümmern. So, schauen wir uns mal hier rein. Das ist schon ein Fine Dining Room. Das kriegen wir bestimmt noch gepusht. Gut, wir haben alle unsere Pflanzen weggebraut. Wir haben noch jede Menge Fässer. Sind die Fässer noch voll? Nein, die sind alle leer. Okay. Unten wiederum ist das Lager aber auch leer. Deswegen machen wir über T, befehlen wir einfach, dass das Lager aufgefüllt wird. Und die Quelle, wovon es aufgefüllt wird, soll dieses Lager sein. Und jetzt werden die Zwerge losrennen und die Fässer nehmen und dann dort bunkern. Dieser Befehl gilt so lange, bis das Lager voll ist. Danach wird der Befehl automatisch aufgelöst. Also muss man diesen Befehl, wenn das Lager leer wird, immer wieder machen. Oder man verbietet direkt das Lagern von Fässern im Hauptlager. Allerdings mag ich es nicht, wenn einfach Fässer überall rumliegen. Vor allem gibt es dann ein falsches Bild, weil die Fässer dann natürlich mit den Getränken im Getränke-Stockpile liegen. Und wenn das leere Fasslager bei den Distillen leer voll ist und hier oben keine Fässer gelagert werden dürfen, dann würden sie dort einfach liegen bleiben und dann würde das Lager voller aussehen, als es ist. Und das Ganze einen falschen Eindruck machen. So, wir haben einen, welchen, der nichts zu tun hat. Zwei, welche, die nichts zu tun haben. Noch einen. Gut, der würde wahrscheinlich On Break sein. Genau, On Break. Der Woodworker schläft. Hat er natürlich die Betten, hat er immer noch nicht fertig. Aber gut, wir können ihn gleich mit mehr Arbeit zukleistern, weitere Betten. So, dann gucke ich mal gleich auf die Nobles. Denn wir brauchen einen Broker. Und ich kann auch gleich noch den Bookkeeper machen. Passt schon. So, der Broker ist derjenige, der handelt. Man kann ja mal die Po einstellen, ob der, nur der Broker handeln darf oder dass irgendjemand, der gerade Zeit hat, handeln darf. Wenn möglich, würde ich immer nur den Broker auswählen. Wenn aber die Karawane zum Beispiel unsere Festung bald verlassen wird und wir wollen unbedingt noch handeln und der Broker schläft oder macht Pause, dann kann man auch im Notfall sagen, dass irgendjemand handelt. Weil der Appraiser Skill, den ich meinem Expedition Leader gegeben habe, entscheidet darüber, wie gut die Preise sind, die du kriegst. Weil ein schlechter Schätzer schätzt immer nur zu deinem Nachteil. So, dann werde ich den Mechanics auch noch mal seine Howling Drops wegnehmen. Damit werde ich mal mit den Fallen fertig werden. Ich möchte nämlich noch, bevor es Winter ist, die ersten Fallen aufgestellt sehen. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir sicher vor den Dieben sind. So, dann kann ich aber schon mal die ersten Betten aufstellen. Damit die nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen. So, zehn Kabinetts haben wir jetzt. Das heißt, jetzt kommen die... Nein, nicht die Drohne. Sondern die Koffer mit H. Und wir können gleich den Befehl geben, die Kabinetts aufzustellen. Damit endlich mal in Ruhe geschlafen werden kann. Nicht ständig auf dem kalten Fußboden gepennt werden muss. Wobei ich mir vorstelle, dass ein Holzbett so ganz ohne Matratze auch nicht unbedingt bequem ist. Was macht denn unser Mechanic Miner? Mal kurz schauen, wer unser Mechanic ist. Das ist UdipNazomisTem. Der ist... Ah, macht Pause. Wie immer. Genau, dann, wenn man sie braucht, machen sie Pause. Wahrscheinlich haben sie alle bei Obi gelernt. So, hier wird weiter fleißig produziert. Die Betten sind immer noch nicht fertig. Ich stelle schon mal die Kabinetts auf. Dann habe ich das schon mal hinter mir. So, jetzt ein ordentliches Fässer da. Dann sagen wir hier, dass auch von diesem Stockpile genommen werden soll. Und hier ändern wir die Settings so. Nein. Hier ändern wir die Settings so, dass wir Food, dass wir das Meat rausnehmen. Fish, Unprepared Fish, Egg. Die Plants nehmen wir raus, die Drinks nehmen wir raus, den Käse lasse ich drinne. Alles andere lasse ich auch so weit drinne. Obwohl, den Drink Animal, den Bumblebee Meat. Den habe ich in keinem anderen Lager. Dann schauen wir noch mal kurz runter. Fisch. Unprepared Fish ist nicht drinne. Wir erlauben mal die Eggs. So, dann werden wir prüfen. Ich habe mich ja vorbereitet. Wenn man welche kann man denn kochen. So, Plump Helmets kann man kochen. Dann kann man Muckroot kann man kochen. Bloated Tuber kann man kochen. Prickleberry kann man kochen. Wild Strawberries. Valley Herb. Red Wheat. Fisherberry. Sunberry. Und das war es auch schon. Alle anderen kann man entweder nicht kochen oder muss man vorher weiterverarbeiten. Dann schauen wir weiter. Käse, Samen, Milch, Plant. Das alles lassen wir mal raus. So, weiter bei den Pflanzen, die gebraut werden dürfen. Plump Helmets bleibt drinne. Query, Bush und Dimple Cup kommen raus. Kobold Bulb kommt raus. Valley Herb kommt raus. Blade Weed kommt raus. Und Hydrood kommt raus. Aus allen anderen kann man Getränke machen. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Wenn wir da ein Eiler, der hat ja nichts zu tun, obwohl es wahrscheinlich Unmengen zu transportieren gäbe. Genau. Gucken, ja, On Break, wie immer. Oh, einfach No Job. Das darf nicht sein. Machen wir weiter Türen. Ah, hier werden auch schon die ersten Fallen aufgestellt und gleich bestückt. Dann nehme ich gleich die... Dann mache ich hier gleich weitere Pen & Pasture Zones. Und zwar entsteht hier eine. Und hier eine. Das Ganze wird Pen & Pasture. Das auch. Und da kommt dann Stray Dog. Da kommt Stray Dog. Und da oben aus der Weide kommt er raus. Dann haben wir dort Wachhunde, die dann die Kobolde aufspüren. Und dann verlieren sie ihr Trap Avoid und dann gehen sie ihrem Untergang entgegen. Wie gesagt, ihr könnt mir einfach Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass ich was Bestimmtes mache. Oder Hinweise gibt, was ich vergessen habe, was ich bedenken sollte. Einfach schreiben. Auch wenn ihr meint, dass die paar zu lang sind oder zu kurz. Oder wenn ich zu leise bin oder zu laut. Da kommen schon die nächsten Migranten. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare. Denn das Ganze möchte ich hier auch ein wenig interaktiv gestalten. Ihr könnt Vorschläge machen und ich versuche sie dann auch umzusetzen. Ich möchte auch immer gerne daran erinnern, dass wenn ihr in diesem Spiel ein kleiner Zwerg sein wollt. Oder auch ein großer Zwerg. Wenn ihr jetzt auch einfach die Kommentare reinschreibt oder per PN. Und dann werde ich versuchen, euch einzubauen mit allen Wünschen, die ihr habt. So, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die neuen Migranten. Dafür öffnen wir wieder den Therapist. Sortieren das Ganze nach Migration Wave. So, Welle 2. 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. Wir haben hier einen Farmer. Das ist schon mal ganz praktisch. Spinning, Cooking. Gut, Spinning nehme ich erstmal raus. Brauche er nicht. Wir haben den Gem Cutter. Auch sehr schön, da wir den Skill noch gar nicht vertreten haben. Und einen, der kann gar nichts. Aber nun wirklich gar nichts. Lolorco Gastel. Also mal wieder genauso traurig. Aber nun gut. Ich heiße alle Zwerge willkommen. Wir können sie alle gebrauchen. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall haben wir weitere Leute, die haulen können. Ich hoffe, die Betten sind langsam mal fertig. Oh, immer noch nicht. Da ist ja auch schon wieder durch. Da die Betten noch nicht hinterher kommen, mache ich weiterhin Türen. Weil wir ja noch ein paar mehr Türen brauchen. Als die zu den Schlafgemächern. Dann haben wir bestimmt noch ein paar Betten. Genau. Damit wir die letzten Lücken mal auffüllen können. Und natürlich dürfen die Container nicht fehlen. Gut, wir haben keine verfügbaren Taschen. Oder ähnliches, die uns da an die Quere kommen können. Das heißt, ich kann hier ganz beruhigt die Dinger setzen. So. Dann hätten wir auch bald die ersten Räume fertig. Das ist bestimmt suspended. Genau. Schalten wieder aktiv. Jetzt nehmen wir mal zu, dass die ganzen Dinger jetzt gebastelt werden. Und im Fallen wird auch gearbeitet. Und im Fallen wird auch gearbeitet. Also geht's. Und amt. Und amt. Und haben wir ja. Und amt. So, aber ich denke mal, ich mache mal hier ein kleines Päuschen, kurz was trinken, kurz mal durchatmen, Beine ausschütteln. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, da bin ich wieder. Gehen wir nochmal weiter frisch ans Werk. So. So, seht ihr hier, es wird fast noch Kohle gebunkert, Rohkohle. Dann fange ich mal gleich weiter mit den Workshops. Das wird mir zu doof. Dann kommt hier der erste Smelter hin. Es waren natürlich mehrere Smelter. Zwei dürften für den Anfang ausreichen. Wir verbinden die Smelter miteinander. Und die kriegen natürlich ein Produktlager, wo die ganzen Barren gebunkert werden. Na, das mache ich mal ein bisschen kleiner. Schließlich kann das Ganze in Bins gelagert werden. Na komm, eine Reihe noch. So. Verbinden das Ganze natürlich. Dann brauchen wir natürlich noch einen Lagerraum, wo dann die Roherze und die Barren gebunkert werden. Hier oben möchte ich nicht hinbauen und ich will die Wege auch nicht ultra lang haben. Also gehen wir dafür einfach eine Ebene runter. Hm, auch doof. Okay. Dann setzen wir das Kohlelager einfach hier hin. Verbinden die Lagerstätten und die Lagerstätten. Dann wäre ich das Ganze anders machen. Dann wird hier die Rohkohle gebunkert. Hier werden dann die fertigen Barren gebunkert. Dann setze ich hier den Gang weiter fort. Und dann lagern wir einfach hier die Rohstoffe. Ist zwar ein bisschen weiter Weg, aber nun gut. Muss man damit leben. Alles klar, dann haben unsere Meiner nämlich auch wieder was zu tun. Dann bauen wir weitere Türen ein. Und zwar ist es ganz wichtig, dass der Schlachthof erstmal seine Tür bekommt. Und ja, im ersten Stock setzen wir weitere Türen ein. Arbeiten wir uns von Stockwerk für Stockwerk dann durch. Oh, hat genau gepasst. Wie gesagt, beim Handelsdepot setze ich keine Tür rein, sondern schließe direkt am Flur an, wegen der Karawane, damit die später mit Wagen vorbeikommen können. Was ist hier? Oh, taken by Fee Mood. Mal gucken, der schnappt sich Steine. Oh, und hat schon begonnen. Okay, also ein kleiner Mood mit wertlosem Zeug, was da produziert wird. Aber immerhin immer noch ziemlich geil. Bei dem Fee Mood kommen legendäre Items raus und das kann von sinnlosen Dingern sein, bis über Möbelstücke, Armbrüste, Werkzeuge, Waffen, Rüstungen, alles. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Das Ganze dauert auch eine ganze Weile. So, dann sehe ich, dass unser fertiges Lager langsam überkocht, überläuft. Dann werden die Betten erstmal rausgekickt. Und dann werde ich die Wooden Bins bauen. Denn die Wooden Bins lassen sich nämlich Dinge stapeln. Und damit brauchen wir viel weniger Lagerfläche. Item Blocking Zeit. Suspend is a construction of a door. Nee, hier ist alles in Ordnung. Dann wird das unten sein. Na komm. So. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier nicht, hier nicht. Da auch nicht. Okay. Interessant. Dann, ah, der Butcher wird es wahrscheinlich sein. Genau. Ein Dolomit-Amulett. Was völlig wertloses. Aber nun gut. Gucken wir uns mal. 6000 Draftbugs ist Kindle Flag. Ein Dolomit-Amulett wert. Gucken wir uns mal die Beschreibung an. Dies ist ein Dolomit-Amulett. Alle Handwerkskunst ist in dieses hochqualitative Produkt eingeflossen. It is a cross of this oval, gipsum, cabochons. Okay, was auch immer das ist. Ja, und das Ganze ist bedeckt mit Stacheln aus Dolomit. Also wir haben ein Amulett. Das mit irgendwas wo irgendwas eingefügt wurde. Eingraviert wurde scheinbar. Und das Ganze ist dann nochmal übersät mit Dolomit. Zacken. Das Ganze ist ja ein ziemlich nutzloses Ding. Da auch niemand darauf Besitzansprüche hegt. So, aber unsere ersten Bedrooms sind fertig. Da wir weniger Bedrooms als Zwerge haben, werde ich die noch nicht assignen. So, jetzt einfach mal schauen. Hat der Carpenter seinen Carpenter-Job? Ja, hat er. Warum macht er es dann nicht? Weiß keiner. Unser Stonecrafter ist schon Level 4. Und da wir nun genug Vorrat haben, kann er auch wieder seine anderen Jobs kriegen. Oh, und die Carawane ist angekommen. Da sehen wir auch schon den Wagen. Wenn hier kein 3x3-Gebiet frei gewesen wäre, dann wären sie ohne Wagen gekommen, sondern nur mit Lastentieren. Da haben wir schon ordentlich Wache und Soldaten dabei. Protect the Horde. Da war ein Dieb. Na gut, den haben wir aber ganz gut vertrieben. Können wahrscheinlich auch überhaupt nichts klauen. Da kommen schon die ersten Händler an. Dann wollen wir, dass ein Händler da ist und nur der Broker. Warum sind die Hunde immer noch nicht angeleint? Gute Frage. So, dann werden sie jetzt dort angeleint. Die Kinder rennen natürlich raus vom Spielen. naja. So. Dann bewegen wir mal unsere Güter. Und zwar will ich bewegen. So, da ist gerade geklingelt an meiner Tür. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Wir waren dabei auszusuchen, was wir handeln werden. Sprechen werde ich die Instrumente alle aussuchen. Genau. die Spielsachen und die Crafts. So, alles klar. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was die im Angebot haben. Oh, wir haben uns sogar noch zwei Kupferwaren. Das Ganze könnten wir ausnutzen. Dass wir uns weitere Picken machen würden. damit dann noch schneller geminert werden kann. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wer das macht. Na gut, während wir warten, dass das ganze Zeug transportiert wird, gucken wir uns weiter mal die Lage an. Die Räume sind fertig. Dann werden hier Stockpiles fertiggestellt. fangen wir mit Bars und Blocks enabled. Und zwar werden wir alle Materials wegmachen. Blöcke sollen hier auch. Hier sollen nur Metallbaren gelagert werden. So. dann bearbeiten wir es weiter. Metal wird raus und dafür wird Kohle reinkommen. Ne, die Rohkohle würde ich doch da rein darin haben. Genau, T. Bars und Blocks komplett raus. Stone verbieten. Verbieten und hier verbieten wir es mal auch und erlauben wieder Bitomis Kohle und Lignit. So, dann das Ganze nochmal. Stone verbieten mit diesem Stone und erlauben Metallerze. Und dann sollte dieses Problem zumindest gelöst sein. So, gleichzeitig ändern wir hier die Einstellungen dass Kohle und Lignit nicht gebunkert werden dürfen. Das Ganze ändern wir jetzt für alles. Kohle und Lignit darf nicht gebunkert werden. Kohle und Lignit verboten und Kohle und Lignit verboten. Gleichzeitig habe ich jetzt auch daran gedacht gleich das Kaolinit auszusperren. Hier das Gleiche. So, nun setzen wir den Transport weiter vor. Das hier ist Kaolinit Ne, Bauxite. Okay. Bauxite kann mir jetzt nicht egal sein. Was haben wir hier? Tetrahydrid. Also Kupfer in Kombination mit Silber 20%. So. Dann bauen wir natürlich schon mal die Forenances die Smelter die beiden Stück. Ein Smelter muss rot sein. Ja, ein roter Smelter. So. So, dann handeln wir hier mal. Was hat da denn Schönes? Bars, 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 Bars. Sehr schön. Glas brauche ich nicht, Sandy Clay. Na gut, dann brauche ich weitere Robes, also weitere Seile. Zack. Dann Schaundrums, Piccolo brauchen wir alles nicht. Forge, Toy Eggs, Rain Deer Bull, Donkey, Lama, Gender. Nehmen wir Tiere mit. Gucken wir erstmal, was hier sonst noch ist. Natürlich Getränke nehme ich immer mit, leere Fässer nehme ich gerne mit. Nee, Alpaka Blut brauchen wir nicht. Rum, Fass, Fass, Blut brauchen wir nicht, Wein. Nehmen wir noch ein paar Eimer. Handeln das Ganze weg, gehen wir weiter. Eine Eisenpicke nehme ich gerne mit. Stahlpicke ist mir zu teuer. Die Picke ist mir auch zu teuer. Brauchen wir alles nicht. Schuhe, Socken brauchen wir alles nicht. Kann wir selbst machen. Jauntlets brauchen wir nicht. So, Pigtail Fiber Cloth können wir mit nehmen. Was kann was kleines handeln. Oh, dann nehme ich noch ein bisschen Leder mit. Leder kann man immer gebrauchen. Alles günstige Leder dann spare ich nämlich meinen eigenen Tierbestand. Anwählen brauchen wir noch weitere Ambossen. Wir haben hier einen Job Giant Mole Nehmen natürlich noch was zu Futter mit. So. Dann haben wir erstmal alles Wichtige weggehandelt. Dann bauen wir weitere Steinfalltreppen. Gucken mal ob wir noch was haben. Trotzdem natürlich alles weg. Crast and Instruments das sind auch den letzten anderen Rest auch noch weg handeln und dann haben wir es ganz gut eingedeckt. so gucken wir sich bei den workshops optisch und durch sind krasse wurden ins warum macht er keine wurden ins da haben wir genug meisens workshop durch weiterhin türen der muss immer was zu tun haben so gut so ist das alles zu blöd ich werde die mit einer carpentry an carpentry werde ich einfach sämtliche anderen jobs wegnehmen vielleicht konnte jetzt mal auf die idee genau das große umsortieren ja gut die fälle sind es auch endlich mal ordentlich bestellt zum weitere türen fertig setzen wir die mal hier rein so langsam kommt hier alles mal voran dann natürlich wieder die brauaufträge und diesmal labeschmiel die tollen speisen vorbereiten macht zwerge glücklicher und glückliche zwerge sind arbeitende zwerge so Das wird mir langsam doof. Ich filme zu so einem Creature. Ja, wie lange ist der schon wohl on break? Oh, jetzt nicht mehr. Kommt das auf die Idee zu arbeiten? Oder wird das immer noch on break? Okay. Das ist aber noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass man arbeiten könnte. Oh, die Händler verlassen uns bald. Hm. Dann soll jetzt jeder handeln. Irgendjemand, der gerade nichts zu tun hat. So, das dürfte jetzt einer angekommen sein. Genau. Und dann schauen wir, was wir noch weiter handeln können. Nestbox heißt, brauchen wir nicht. Dann kommen dann immer noch ein paar Crutches mit. Die kann man immer gebrauchen. Wir haben bestimmt genau noch ein paar Splints. Nehmen wir auch die 20er Splint mit. Haben wir Käse, 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 Käse. Will ich nicht. Rucksäcke. Das hier mit, das hier mit, das hier mit, das hier mit, Threads, ganzen Kram. So, und dann wird noch kräftig Plump Helmets mitgenommen. Erstmal gucken. Und ja, ändern wir das wieder um und wir brauchen keinen Händler mehr, da wir alles schon weggehandelt haben, was wir haben. Dann setzen wir noch weitere Türen ein. Da ist immer noch nicht ein einziges Bett produziert, weil er immer noch on break ist. Wie lange macht der bitte schon Pause? View, Thoughts and Preferences. Gucken wir uns mal an. Er war glücklich letztens. Er wurde von Fliegen. Also im Grunde ist er glücklich. Er ist selten krank. Er hat ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen. Und er ist 62 Jahre alt. Ja gut. So, die Händler kehren zurück. Sammeln jetzt alles ein. Und fahren dann los. So, nachdem wir uns also ordentlich mit Stoff eingedeckt haben. Überprüfen wir weiterhin die Workshops. Weiterhin Türen. Weiterhin Mechanics. Wir brauchen einen ganzen Arsch voll davon. Und bauen wir weiterhin Steinfalltreppen. So. Der kann auch Shell was machen. Da wir ein paar Panzer von den Schildkröten haben, sollte man hier ordentlich was machen, obwohl wahrscheinlich niemand den Job dafür hat. Entsprechend geben wir einfach mal Legendary Stonecrafting für unseren vormals nutzlosen Zwerg. Durch den Strange Mood ist er direkt auf Legendary aufgestiegen. Dann geben wir ihm auch noch Bonecarving. Ich hoffe das gehört dazu. Alles andere würde keinen Sinn machen. Dann werden wir das Ganze hier nochmal ändern. Und zwar dass hier auch Kohle mit gebunkert wird. Und hier oben verbieten wir das Ganze. Dann haben wir durch unsere Fornance Smelter Construction Suspended. Warum? Weg damit. Soll gefälligst fertig werden. Dann kommen wir weiter an unsere Türen. Tür, Tür, Tür und Tür. Schon wieder, der ist schon wieder durch. Der ist echt schnell, der Typ. Aber es freut mich, wenn er schnell ist, dann brauchen wir nicht so viele Masons. So, dann können wir noch weitere Türen platzieren. Ich habe schon wieder drei Türen fertig. Ich werde irre. Er ist so schwach angefangen. Und jetzt kriegt er gar nicht mehr genug vom Arbeiten. Wahrscheinlich hat er Anschluss geholfen. In der letzten Folge. So. Schon wieder fast mit den Türen durch. Ja. Da muss die Leute nur einmal ordentlich zusammenscheißen und dann funktionieren sie auch wieder. So. Nächster Stockwerk mit Türen ausgestattet. Dann fangen wir mal. Machen wir hier direkt weiter. Bei den Schlafräumen. Die Binds sind fertig. Da können wir dann weitere Betten in Auftrag geben. Gut. Und ich denke aber, das reicht für heute. Wir haben heute eine ganze Menge geschafft. Wir haben Fallen aufgestellt. Räume eingerichtet. Den ersten Handel getrieben. Weitere Lagerräume ausgehoben. Workshops gebaut. Wir haben den ersten Dieb kennengelernt. Und eine weitere Migrantenwelle begrüßt. Wir haben unseren ersten Strange Mood überstanden, ohne dass jemand gestorben ist. Alle eine rundum gelungene Festung. Bis hier hin zumindest. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht Kommentare zu hinterlassen. Darüber freue ich mich. Insbesondere auch Kritik. Ich bin immer offen für Kritik. Entsprechend sagt mir eure Meinung. Tschüss, tschüss und bye, bye.